Hallo meine durchgeknallten Otakus und herzlich willkommen zur nächsten Manga-Lizenz-News. Manga-Kalt hat ja noch drei Nachzügler angekündigt und zwar Der 9. Klassler Yusuke hat keinerlei Ziele im Leben. Er hat weder Freunde noch Interesse an etwas anderem als seinen geliebten Videospielen. Doch eines Tages wird er zusammen mit zwei seiner Klassenkameradinnen in eine andere Welt beschworen, wo sie gemeinsam um ihr Überleben kämpfen müssen. Leichter gesagt als getan, denn auch während Yusuke versucht sich in seiner neuen Rolle als Held zurechtzufinden, beginnt bereits ihre erste Mission. Und schnell wird klar, dass nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht, sondern auch das von Millionen anderen. Stinkt irgendwie nach Light Novel Adaption, ist es aber anscheinend gar nicht. Genres sind Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Mature, Romance und Shonen. Umfasst bisher zehn Wände und wird immer noch fortgeführt. Die Story stammt von Naoki Yamakawa und die Zeichnungen von Akinari Nao. Und es ist im Besatz Shonen Magazine von Kudansha erschienen. Durchschnittsbewertung 7,4. Sehr gut für einen Isekai-Titel, steht hier. Also wenn man einen Isekai sucht, der seine Leser nicht als Idioten betrachtet, dann sollte man hier zuschlagen. Aber auch interessant, wie Isekai ja quasi vom Hype immer mehr zu einem Wahnbegriff eigentlich geworden ist in der Fandom. Für Trash. Für schlechte Titel. Also kein Mensch hat doch mehr Bock auf Isekai. Wir sind doch alle schon kuriert, bevor dieser Hype überhaupt in Gänze nach Deutschland rübergeschwappt ist. Oder sehe ich das falsch? Weil hier zum Beispiel in der Überschrift, für einen Isekai ist es ganz in Ordnung. Das schwingt ja auch schon mit, dass Isekai jetzt mittlerweile schon nicht mehr so einen guten Ruf hat. Ist wohl sehr unterhaltsam. Hier meint jemand, das war großartig bis zum aktuellen Story-Arc. Keine Ahnung. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Spricht mich jetzt nicht so an. Also bei Isekai bin ich aktuell auch ehrlich gesagt sehr verhalten. Also ich hatte bisher noch keinen Isekai, der mich irgendwie begeistern konnte. Außer Digimon. Ja, das war jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es ja eigentlich noch gar nicht diesen Begriff gab. Also von daher. Dann haben wir als nächstes The Holy Grail of Eris. Den kann man noch nicht auf Amazon finden, anscheinend. So, ich habe jetzt einfach mal bei mangapassion.de geschaut. Die haben einen Artikel geschrieben zu Manga The Holy Grail of Eris. Er scheint auf Deutsch. Alle guten Dinge sind drei. So wurde bekannt, dass Verlag Manga Kalt heute insgesamt drei verschiedene Titel für das kommende Programm ankündigen möchte. Nachdem wir zuletzt über den Lizenzerwerb an dem Action-Hit I'm Standing on a Million Lives und über die geplante Veröffentlichung der Boys Love Delogie Twilight Out Focus berichteten, die werden wir uns danach noch angucken, ist nun die letzte Ankündigung öffentlich. Der Herausgeber stellte die besagten Informationen dabei über die Kanäle der sozialen Medien bereit. Die dort veröffentlichten Beiträge bestätigen, dass im nächsten Jahr The Holy Grail of Eris auf Deutsch erscheint. Aktuell ist die Veröffentlichung ab dem Monat September angedacht. Der angestrebte Veröffentlichungsrhythmus ist aktuell unbekannt. Preislich sind für das Großformat 7,99 Euro zu entrichten, also ziemlich günstig. Seit 2019 erscheint die Manga-Adaption der dreibändigen Light Novel von Autor Kujira Tokiwa, Zeichner Hinase Momoyama und Charakterdesigner Yuunagi in dem Manga-Up-Magazin von Square Enix. Bisher sind drei Bände auf Japanisch erschienen. Informationen über einen baldigen Abschluss liegen uns gegenwärtig nicht vor. In Deutschland erscheint voraussichtlich nur die gezeichnete Fassung. Inhaltsbeschreibung Als die sanftmütige Adelstochter Conny auf einer Abendveranstaltung beobachtet, wie ihr Verlobter eine andere küst, bricht für sie eine Welt zusammen. Aber noch ahnt das junge Mädchen nicht, dass dies erst der Auftakt zu einer Intrige ist, die am selben Abend ihren schrecklichen Höhepunkt finden soll. Einzig im Geist der berüchtigten Verbrecherin Scarlett Castiel findet Conny eine Verbündete. Doch Scarletts Hilfe hat einen hohen Preis. Originaltitel ist Eris no Seihai, gerade mal gucken, wie viele Bände hatten die Leitnavel mittlerweile. Drei, ongoing, also genau wie der Manga. Genres sind Drama, Fantasy, Josei, Mystery, Romance und Supernatural. Hat eine Durchschnittsbewertung von acht, also relativ gut. Aber hat niemand was zu beschrieben. Ich weiß nicht, ich finde das relativ nichtssagend, ehrlich gesagt, diese Beschreibung. Also mich spricht das jetzt so gar nicht an, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. So, dann haben wir hier noch den Boys Love Manga Twilight Out Focus. Der ist tatsächlich bei Amazon schon drauf. Der stille und ernste Mao teilt sich mit dem gutaussehenden Hisashi ein Zimmer im Wohnheim ihres Internats. Damit ihr Zusammenleben funktioniert, schließen sie einen Pakt. Mao wird niemandem verraten, dass Hisashi schwul ist und Hisashi wird in Mao niemals mehr sehen als nur seinen Mitbewohner. Doch die Dinge ändern sich, als der Filmclub beschließt, eine bewegende Liebesgeschichte über zwei Jungen zu drehen. Mit Hisashi in der Hauptrolle. Da beginnt Mao plötzlich, Hisashi in ganz neuem Licht zu sehen. Okay. Original Titel ist Tasugare Out Focus. Genres sind Romance, School Life und Yaoi von Janome. Ist in zwei Bänden abgeschlossen und im Honey Milk Magazin von Kodansha erschienen. Schöner Name für ein Magazin übrigens. Hat eine Durchschnittsbewertung von 8,7. Und die Rezensionen sind relativ positiv. Also hier schreibt jemand, dass der sehr unterbewertet und schön ist. Ein ruhiges Meisterwerk ohne Drama, viel zu kurz, gemessen an der Qualität. Gutes Ende, was mich dazu bringt, um ein Sequel zu battlen oder eine Anime-Adaption oder noch besser eine Live-Action. Das wäre halt echt geil, schreibt die Person. Angenehme Überraschung, 8,5 von 10. Es war nicht so tiefgehend, aber für so einen kurzen Manga ziemlich gut ausgeführt. Und ja, die Person meint, sie hat es halt mehr genossen, als sie ursprünglich erwartet hätte. Sympathische Charaktere, schöne Artworks, wobei die Perspektiven manchmal ein bisschen übertrieben waren. Schöne Geschichte mit schönen Zeichnungen. Schön, so gut, nicht schlecht. Also alles sehr positiv. Kann man als Beusler-Fan definitiv zugreifen. Und bei der Gelegenheit gerade noch die Meldung. Erst kürzlich gab Manga-Kalt ja das extra zum fünften Band von Demon Slayer Kimetsu no Yaiba bekannt. Der achte Band liegt zwar noch etwas in der Ferne, doch wurde für diesen nun etwas Besonderes enthüllt. Laut der Buchhandelskette Talia wird demnach der achte Band der Reihe mit einem Shuba erhältlich sein, der Platz für alle bisher veröffentlichten Bücher haben wird. Obendrein soll die Edition von Band 8 mit Shuba außerdem ein exklusives Shikishi von Mangaka Kuyoharu Gotoge enthalten. Dieser Band ist für den Juni nächsten Jahres angekündigt. Talia zeichnet die besondere Edition mit einem Preis von 15 Euro aus. Das Design der Box oder des Shikishis sind allerdings noch nicht bekannt. Des Weiteren ist ebenfalls unbekannt, ob für alle Bände des Werkes Shuba vorgesehen sind. Ja, wollen wir uns mal hoffen. Das ist ja ziemlich cool. Also ich bin ja sowieso immer total geil auf Shuba und freue mich immer total, wenn von meinen Reihen Shuba erscheinen. Und ich stelle die mir auch total gerne ins Regal. Deshalb werde ich den auf jeden Fall auch mitnehmen und vorbestellen, sobald es geht. Also da freue ich mich. Ich finde auch 5 Euro Aufpreis für den Shuba ist okay. Ist okay. Also mit Sicherheit wäre das auch günstiger gegangen. Ich weiß noch, Carlsen damals, als sie den Eismanga rausgebracht haben, haben sie bei den Bänden mit Shuba immer nur 2 Euro Aufpreis gemacht. Aber ja, ich finde es ja cool, dass überhaupt ein Shuba kommt. Oder generell hoffentlich mehrere Shuba kommen werden. Ich glaube, am Ende sind es 23 Bände, oder? Also kann man mit 3 Shuban rechnen. 8, 16, 24. Ja, und dann wird der letzte halt ein bisschen dünner sein. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sie das dann bis zum Ende auch durchziehen und man am Ende sich die Serie schön in 3 Shuban ins Regal stellen kann. Ich hoffe nur, dass dann auch die Limited Edition da reinpasst und dass die nicht so eng sind, dass man sich da den Umschlag zerknittert oder sonst was. Da sehe ich gerade so ein bisschen so eine Stolperfalle. Aber wir werden sehen. Ich habe da eigentlich Vertrauen in Manga kalt. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt dieser Folge, denn Reprodukt hat auch noch ein paar Lizenzen angekündigt für das Frühjahr. Und zwar Gogo Monster von Taiyo Matsumoto. Ein Einzelband, der im April 2021 erscheinen soll. Eine gebundene Ausgabe wird das sogar sein, aber dann dementsprechend teuer auch. Also 29 Euro bei aber 458 Seiten. Also ist auch ein ziemlich fettes Buch. Yuki Tachibana ist Grundschüler, ein Außenseiter und Einzelgänger, der die Anwesenheit unsichtbarer Monster in seiner Schule spürt. Von den Klassenkameraden wird er verspottet und von den Lehrern gerügt, weil er abstruse Geschichten von übernatürlichen Wesen erzählt. Der Hausmeister hat allerdings Grund zu der Annahme, dass Yukis Monster tatsächlich existieren und sie scheinen das Ausmaß der disziplinarischen Probleme in der Schule zu beeinflussen. Taiyo Matsumotos Zeichen- und Erzählstil in Gogo Monster lässt viele Interpretationen der Geschichte zu. Zwischen Vorstellung und Realität gibt es keine Grenzen. In seinen Werken bewegt sich Taiyo Matsumoto zwischen Science-Fiction, Familiengeschichten und Sport. In seinem Zeichenziel finden sich viele europäische Einflüsse, erzählerisch und zeichnerisch, weit jenseits des Manga-Mainstreams angesiedelt. Weltweit hat Taiyo Matsumoto eine große Fangemeinde, nicht zuletzt auch dank seines unkonventionellen, häufig zum surrealen, neigenden Zeichenstil. Taiyo Matsumotos Werk gehört zum besten, was der japanische Comic hervorgebracht hat. Seine anderen Werke waren, also Techon King Creed ist ja auch relativ bekannt und eben Sunny erscheint jetzt aktuell bei Karsen. Ach, das ist sogar ein Hardcover mit Shuba. Okay, warum man jetzt bei einem einzigen Band einen Shuba braucht, weiß ich jetzt nicht, aber ja, definitiv Nobel. Klingt eigentlich ganz interessant, aber wegen dem Preis werde ich der wohl kaum zugreifen. Also für so einen Vielleicht-Titel sind mir 29 Euro zu heftig, tut mir leid. Aber wir können ja gerade mal gucken, ob wir den auf mangaupdates.com finden. Der Originaltitel ist Go Go Monsuta, also eigentlich derselbe Titel wie im Deutschen. Ja, hab's gefunden. Genres sind Drama, Psychological, School Life, Seinen, Slice of Life. Und hier steht sogar noch ein bisschen mehr in der Beschreibung. Also dieser Yuki Tachibana ist überzeugt davon, dass die vierte Etage seiner Schule die Heimat von übernatürlichen Kreaturen ist, die von Erwachsenen nicht gesehen werden können und nur von einigen Kindern. Und da sind jetzt auch immer mehr unfreundliche Kreaturen dazugekommen. Ja, und deshalb denken alle, er ist verrückt und machen sich über ihn lustig. Und seine einzigen, in Anführungszeichen, Freunde sind eben der aufgeschlossene Hausmeister, ein neuer Austauschschüler namens Makoto Suzuki, der quasi neben ihm sitzt, und ein geheimnisvoller Junge, der IQ heißt und immer einen Karton auf seinem Kopf trägt. Also ja, das scheint ein ziemlich weirder Manga zu sein. Hat eine 7,8-Bewertung, ist im Big Comic Spirits Magazin von Shoka Kukan erschienen. Sehr interessant. Also ja, die Zeichnungen wirken halt nicht mehr zeitgemäß, so 80er, 90er-mäßig. Aber passt gut zu der Erzählweise, zum Erzählstil. Also ist gut durchdacht der Manga. Also es sind immer so 8 von 10 die Leute, die das hier geschrieben haben. Also sehr unterschiedlich von dem, was die Person, die die Review geschrieben hat, ursprünglich liest. Aber trotzdem sehr genießbar. Man versteht zwar nicht so richtig, was abgeht. Und das Beste ist einfach, sich treiben zu lassen, während man liest. Und am Ende wird es sehr, sehr surreal. So ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Es gibt viele Wiederholungen, was die Geschichte zusammen verbindet. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das für mich ist. Also gerade dieses, wenn es am Ende zu abgedreht wird, da bin ich dann eigentlich eher raus. Das mag ich gar nicht, sowas. So, was haben wir noch? Reprodukt hat ja auch noch andere Sachen angekündigt. Yoshiyos Jugend. Mein Ziel. So Yoshiharu Tsuge in einem Interview, war es mich, wann immer sich mir die Gelegenheit bot, vom traditionellen Geschichtenerzählen zu distanzieren. Man könnte sagen, dass ich an dem, was wir Handung nennen, nicht interessiert war. Die Geschichten, die in Yoshiyos Jugend versammelt sind, bewegen sich zwischen Traum und Realität, zwischen Alltag und Wahnsinn. Yoshiharu Tsuge blickt zurück auf die Härten der Nachkriegszeit, die Unschuld seiner Anfänger als Mangaka und auf die Ernüchterung, die folgte. Wie rote Blüten und der nutzlose Mann sind die Erzählungen des jungen Yoshio Batakashi Manga, ich Manga voller Introspektionen, in denen sich die luzide und entzauberte Beschreibung der Wirklichkeit mit Momenten reiner Lyrik abwechselt und groteske Porträts sich mit zarten Einbrüchen in die Komödie mischen. Yoshiharu Tsuge blickt zurück auf seine Vergangenheit und schöpft aus Erlebnissen aus seiner Kindheit und als Erwachsener, während sein Stil sich immer wieder neu erfindet. 24 Euro und 416 Seiten. Hier bei Yoshios Jugend steht, dass es ein Flexi-Cover haben wird, wo ich immer noch nicht weiß, was es ist. Also wer es mir in den Kommentaren erklären kann, möge es bitte tun. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ne, ich find's nicht auf mangaupdates.com. Ja, mehr kann ich euch dann dazu auch leider nicht sagen. Pfff, keine Ahnung. Wird auch nicht den Weg in mein Regal finden. Da erstens teuer und zweitens hat mich die Beschreibung jetzt nicht angesprochen. Das wirkte alles so hochgestochen und so für eine erlesene Leserschaft. Und gleichzeitig diese Erklärung, dass halt der Mangaka keinen Wert auf Handlung legt, da bin ich halt dran raus, weil mir ist die Handlung sehr wichtig. Und dass es schon so eine gewisse Erzählstruktur gibt und dass sie auch erkennbar ist. Und ich hasse das wie die Pest, wenn ich ein Buch hab oder ein Manga und alles ist so total wirr vom Erzählstil her. Und man kann dem Ganzen gar nicht so richtig folgen. Das mag ich gar nicht. Ich finde, man sollte dem Ganzen schon folgen können. Und wissen, worauf der Mangaka hinaus will. Was ist das Ziel der Geschichte? Wo geht das Ganze hin? Man braucht einen roten Faden, an dem man sich entlanghangeln kann. Und wenn der nicht gegeben ist, dann hab ich keinen Spaß beim Lesen. Ja, und dann wurde halt auch noch der dritte Band von Shigeru Mizuki im Juni 2021 angekündigt. Ich kann ja mal bei Anime2You gucken, die haben das Ganze nämlich verraten. Und zu Shigeru Mizuki Band 3, also Mangaka heißt der ja. Von Shigeru Mizuki ist der dritte und letzte Band seiner autobiografischen Trilogie. Der Abschlussband umfasst die Jahre 1958 bis 2001, in denen sich Japan zur wirtschaftlichen Großmacht entwickelt und Shigeru Mizuki neben Osamu Tezuka zu einem der bekanntesten Manga seines Landes wird. Der 496-seitige Band erscheint im Juni 2021 im Format 14,8 x 21 cm mit Klappenbroschur für 24 Euro. Handlung? Shigeru Mizuki hat seinen Einsatz im Pazifik-Krieg überlebt und ist nach Japan zurückgekehrt. Dort versucht er, im Manga-Geschäft Fuß zu fassen, in der Nachkriegszeit ein mühsames Unterfangen. Mit Geduld und Leidenschaft gelingt ihm schließlich nach jahrelangem Kampf der Durchbruch. Als Shigeru Mizuki endlich Anerkennung für seine Arbeit erfährt und nicht mehr in prekären Verhältnissen leben muss, kehrt er noch einmal zu den Tolai nach Neuginea zurück, die ihn als Soldat so herzlich aufgenommen hatten. Er gründet eine Familie und entdeckt seine Liebe zum Reisen, die ihn unter anderem nach Mexiko, Australien, Bhutan, Sumatra und in die USA führt, wo er die Welt der Monster und Geister verschiedener Kulturen erkundet.